hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu outwaters und heute geht es um den verwüster und zwar die ultimative skillung für den verwüster für den devastator jemals in meinen augen in meinen augen muss man natürlich immer sagen und natürlich wie es momentan denke ich mal bei vielen noch der fall ist ist man noch nicht natürlich 100 prozent zufrieden mit dem wie es aussieht aber dieser verwüster hier kann ich euch sagen ist extremst überlebensfähig freitag im stream bisher 14 haben wir hochgespielt ich glaube ich bin nicht einmal gestorben also der damage stimmt trotzdem auch der damage ist trotzdem auch in ordnung also wir haben hier so einen guten mix wirklich perfekt für die gruppe denn ihr tankt wirklich einfach alles weg und die technos lasst ihr den damage machen das ist meine meinung dazu auf alle fälle obwohl ihr euch vom schaden her nicht verstecken müsst und solo ist diese klasse so wie ich sie hier momentan geskillt habe auch absolut perfekt zu spielen ich bin massiv zufrieden hier mit meinem verwüster wie gesagt so das ein oder andere stimmt noch nicht 100 prozent und das ein oder andere müsst ihr natürlich auch für euch entscheiden was euch dort lieber ist von der spielart und spielweise her wenn euch dieses video hier gefällt würde ich mich natürlich wie immer sehr darüber freuen wenn einen daumen nach oben da lasst wenn ihr den kanal abonniert wenn es noch nicht gemacht hat denn mit lock aktiv verpasst ihr hier natürlich weiter kein neues video und damit starten wir erstmal mit der klasse ihr seht momentan selber auch hier oben bei mir momentan noch zwei punkte zur verfügung die habe ich kurz weggelassen damit ihr für euch entscheiden könnt wo sitzt man diese zwei punkte rein denn das ist sehr entscheidend dementsprechend wie ihr spielen möchtet wir beginnen und natürlich mit der anomalie kraft denn wir wollen anomalie kraft das ist hier unser ziel das ist das wichtigste beiner für uns kann man sagen gemeinsam mit abklingen zeitreduzierung das ist das zweite wichtige perk was wir so im auge haben also hier oben haben wir erstmal die sechs prozent rein in die anomalie kraft gehen dann weiter hier und reduzieren die abklingen zeit ich sag ja abklingen zeiten ist das zweite bei uns auf der liste von unseren seismic fähigkeiten sprich dem aufspießen sprich dem erdbeben ganz ganz wichtig dass diese beiden skills das sind eure haupt damage dealer dass diese so oft wie möglich zur verfügung stehen weiter geht es dann mit weiteren sechs prozent mehr anomalie kraft dann haben wir hier einen erhöhten widerstandsdurchschlag um 15 prozent weitere sechs prozent auf unsere anomalie kraft da geht es wirklich komplett rum und dann gehen wir hier einmal nach oben und zwar erhöht die entfernung die noch als kurze distanz geht um vier meter ist deswegen ganz wichtig so eine brutmutter da wollen wir nicht so unbedingt auf trufühlung gehen so kuscheln ist da eher nicht so angesagt und deswegen stehen wir meist ein bisschen weiter weg und da wir unseren schaden unseren haupt schaden aber auf kurze distanz machen ist es natürlich sehr praktisch wenn diese kurze distanz einfach über vier meter mehr zählt wir also nicht immer direkt mit dem mob kuscheln müssen also das wegen ist dieser punkt hier oben in meinen augen ziemlich wichtig gar nicht so sehr zu vernachlässigen und dann haben wir hier eine weitere reduzierung der abklingzeit wie gesagt unser zweites wichtiges bürg mehr anomalie kraft und dann erhöht den schaden gegen gegner die mit weniger 30 prozent leben herum rennen um 20 prozent wahnsinnig praktisch wirklich wahnsinnig praktisch gerade bei diesen fetten eliten da können halt auch die letzten 30 prozent leben relativ lange dauern aber wenn wir dann 20 prozent mehr schaden machen ist das natürlich wahnsinnig nützlich weitere erhöhung unserer anomalie kraft und dann hier ebenso ganz wichtig blutung für gegnern 30 prozent mehr schaden zu denn wir sorgen eigentlich dafür dass unsere gegner durchgehend am bluten sind und hier heilen wir uns das hier ist unsere heilung ihr werdet das wenn ihr das austestet sehen das ist wahnsinn allein durch das bluten was dort an heilung reinkommt bei uns deswegen auch hier ein absoluter no bueno der punkt hier oben erhöht den rüstungsbonus um 40 prozent unserer anomalie kraft anomalie kraft pushen wir so stark wie möglich und haben dann nochmal 40 prozent mehr rüstung natürlich dadurch das lohnt sich richtig wird dann haben wir erhöht zehn sekunden lang die rüstung 20 prozent den widerstand um 20 prozent sobald deine fähigkeiten enden das ist wieder so eine sache zum überleben aber andererseits ist es auch eine sache wo wir gar keine wahl haben da müssen wir einfach langskillen und dann haben wir hier noch mal den widerstandsdurchschlag um 15 prozent erhöht und hier nochmal die blutung für gegnern 30 prozent mehr schaden zu bluten mit einer unserer haupt schadensattribute und dann natürlich zu guter letzt erhöht den basis schaden von aufschließen von erdbeben das ist das ganz ganz wichtige und erschütterung auch noch denn ihr werdet wahrscheinlich so eine skillung wie ich sie habe selten sehen denn wenn wir in die fähigkeiten hinaus schauen habe ich hier die erschütterung ich habe hier die erschütterung da hat eigentlich jeder immer den golem liegen ich brauche keinen golem ich brauche einfach keinen golem und deswegen natürlich erdbeben hier und da bin ich momentan noch unzufrieden erdbeben wie gedacht das ist unser ding was wir wirklich durchgehend brauchen damit wir ja die gegner zum bluten bringen damit wir ja dann mehr schaden machen an den blutenden gegnern und von der blutung geheilt werden also erdbeben ganz ganz wichtig momentan hat bei mir noch eine abgängzeit von 7,4 sekunden das ist mir gut na anderthalb sekunden zu langsam also auf sechs sekunden möchte ich da ganz gerne runter ist momentan vom equip her nicht möglich gewesen dann haben wir natürlich das aufschließen das aufschließen macht einfach extrem viel schaden das ist eine sache die ja das sind beides gilt die hat jeder jeder und dann haben wir normalerweise hier den golem und deswegen auch die beiden punkte offen wenn ihr hier mit golem spielen möchtet dann werden wir noch zwei punkte in die klasse hineinstecken und den golem natürlich pimpen denn die erschütterung hat sage ich mal in unserer skillung nicht so viel erfahren aber es ist der einzige nützige skill den man noch unterbringen könnte man könnte noch eventuell sagen hey nee ich spiele ohne golem spiele ohne erschütterung dafür mit gravitationssprung gerade im solospiel eine sehr schöne sache einfach so als raus aus der scheiße button raus aus der scheiße button würde ich das ding nennen oder halt sniper ich komme eins von den beiden sachen könnte man auch als namen verwenden für den gravitationssprung sniper ich komme raus aus der scheiße das wäre natürlich die andere sache die hat einfach so als notfallknopf hier statt der erschütterung sein könnte die erschütterung macht nicht allzu viel schaden sie ist nett sie ist eine nette ergänzung ich habe sie nicht weiter mit mods gepimpt habe ich momentan nicht die möglichkeit für deswegen ist der golem dort natürlich nicht falsch aufgehoben schütze sich acht sekunden lang vor 65 prozent des erlittenen schadens aber ihr werdet es gleich bei den mods sehen eigentlich brauchen wir das nicht und das ist dann auch das entscheidende in der klasse mit den beiden weiteren zusätzlichen punkten weil wenn ihr den golem nutzt wenn ihr den golem nutzt dann kommt ein punkt hierhin reduziert die abgängzeit von schutzfähigkeiten um 15 prozent da seht ihr da ist der golem von betroffen und dann haben wir hier natürlich den paladin das ist natürlich wirklich eine relativ geile sache durch die nutzung von schutzfähigkeiten erhöht sich deine anomalie kraft zehn sekunden um 45 prozent das ist mächtig sind zwar nur zehn sekunden den golem können wir so oft nicht nutzen aber da kommt noch mal ganz schön mehr bummes raus deswegen ist der golem keine falsche wahl das ist definitiv keine falsche wahl dann müsst ihr aber auf alle fälle den einen punkt hier reinsetzen den anderen hier hinein setzen um halt wie gesagt den golem öfters nutzen zu können öfter die boni zu haben und vor allem zu überleben bei meiner momentan aktuellen skillung ist es ein bisschen fragwürdig ich bin eher der fan der sagt okay ich erhöhe die dauer von blutung um 30 prozent und dann erhöhe sie noch einmal noch länger werde ich geheilt noch glücklicher ist der goodie und damit kommen wir natürlich zu den mods die ausrüsten sollte zu der ausrüstung die ihr nutzen solltet und dann gucken wir als allererstes hier auf die stiefel und sehen dort notfallstatus jedes mal wenn ein leben unter 30 prozent fällt er hältst du vier sekunden lang einen golem das ist der grund warum ich kein golem geskillt habe denn ich weiß ehrlich gesagt nicht ob dieser perk momentan dieses mod leicht verpackt ist ich habe das gefühl dass es so wäre denn wir haben das ding fast durchgehend an wir haben das ding wirklich fast durchgehend an dass wir also fast durchgehend unter golem ja wirkung sind dass wir also schaden extrem reduziert haben um 65 prozent und das ist der grund warum ich keinen golem geskillt habe der notfallstatus gibt mir einen golem und zwar fast permanent deswegen würde ich euch empfehlen dasselbiges zu tun wenn ihr den golem nichts gilt dann braucht ihr auf alle fälle den notfallstatus hier unten so das aufspießen habe ich dann hier dafür gesorgt dass sich das ein zweites mal verwenden kann eine sehr wichtige geschichte lohnt sich wirklich aufspießen zweifach verwenden zu können hier gut okay hier bin ich natürlich momentan mit dem panzer schon der kanonkugel gut beraten durch den captain jäger den hat natürlich nicht jeder zur verfügung aber wichtig auch hier zusätzlich das erdbeben das ist ganz ganz wichtig dass ihr zweimal erdbeben nutzen könnt erdbeben lässt die leute bluten blutung halt euch gegen blutende gegner macht ihr mehr schaden das ding muss drin sein ganz ohne frage dann haben wir bei der hose habe ich hier aufspießen erhöht den schaden also wenn immer ich die leute aufspieße die von blutung betroffen sind dann gibt es 50 prozent mehr schaden massiv massiv gar keine frage muss sein obendrauf verflucht das blut erhöht den schaden gegen von blutung betroffene gegner um 25 prozent das halbe schlachtfeld ist am bluten also gar keine frage ebenso sehr sehr wichtig ist natürlich ein t3 perk kann man eventuell nicht zur verfügung haben damit geht es weiter nach oben erdbeben erhöht die reichweite der fähigkeit um 60 prozent ganz massiv kann man eventuell weglassen und dafür zum beispiel ein aufspießen mit mehr schaden nehmen ein zwei aufspießen nehmen für zwei gegner oder ähnliches ich finde es sehr sehr praktisch wirklich wenn die fähigkeit um 60 prozent erhöht ist noch mehr gegner die am bluten sind ist natürlich jedem seine entscheidung der schadensabsorbierer den ich hier noch drin habe ich weiß es nicht so genau das ist so eine sache wo ich sage tausche ich den aus gegen ein damage perk damit ich mehr schaden mache oder gehe ich wirklich darauf dass ich mehr leben habe also mehr überlebensfähigkeit habe da muss ich noch so ein bisschen hin und her testen bin ich mir nicht ganz sicher was ich hier als zweites perk wirklich haben möchte man könnte natürlich auch hier sehr gut eine seiner grundfähigkeiten wie zum beispiel erschütterung pimpen das wäre also auch eine möglichkeit hier an zweiter mod stelle und dann kommen wir zum helm hier haben wir dann auch gleich zweimal unsere klassen fähigkeiten gepimpt und zwar aufspießen trifft ein zusätzliches ziel muss man nicht kann man aber wie gedacht man kann auch darauf gehen macht mehr schaden und dann das ganz ganz wichtige ganz ohne frage blutschock verursacht bei von der fähigkeit geschädigten gegnern blutung das ist also das absolute must have da kommt ihr nicht drumherum das muss sein bei den waffen gut da ist es natürlich momentan schön zu haben aber das kann man natürlich schlecht nachbauen welche legendaries man da zur verfügung hat oder welche anderen waffen was für euch vielleicht einfach wichtig sein sollte um das ganze bild einigermaßen vernünftig nachzubauen ist natürlich die stats die drauf sind sprich wie hier zum beispiel rüstungsdurchschlag heilung erhalten schaden auf kurze distanz diese stats meine ich die sind ja momentan auch noch gar nicht großartig gepimpt da muss ich noch ran da muss ich noch ein paar sachen ändern auf alle fälle aber das sind die für euch interessanten perks bei den waffen stats an aller allererster stelle solltet ihr was ich hier momentan gerade gar nicht habe aber wie gesagt so ein bild dauert eine zeit lang ist wirklich an der stelle ist wo es sein sollte für euch als notiz randnotiz für das köpfchen wenn ihr euch entscheidet welche waffe nutze ich punkt 1 status kraft ganz ganz wichtig die status kraft auf punkt 1 auf punkt 2 heilung erhalten dann wie hier schaden auf kurze distanz oder auf lange distanz je nachdem was ihr an waffen nutzt ich bevorzuge dort immer schaden auf kurze distanz dann natürlich der rüstungs durchschlag den wir hier auch haben und kritischer schaden das sind die perks die fünf perks die euch auf der waffe in der reihenfolge wichtig sein sollten und genauso gucken wir rüber zur rüstung und zur rüstung da habe ich es ja gerade gesagt da ist auf alle fälle ganz ganz oben die anomalie kraft aber für mich noch wichtiger der zweite punkt hier die abklingzeit reduktion wie gesagt ich möchte mit meinem erdbeben runter auf sechs sekunden und deswegen abklingzeit reduktion ist für mich das wichtigste auf der rüstung dann kommt die anomalie kraft dann kommt die status kraft und dann wenn wir noch einen weiteren vierten punkt hier aufnehmen möchten um das ganze von der gewichtung her einzuordnen würde ich dort dann den lebensentzug durch fähigkeit hinzupacken wie gesagt ich bin hier so weit schon mal relativ zufrieden mit der anomalie kraft abklingzeit reduktion und status kraft habe ich schon mal drei perks die mir wirklich perfekt einfach ins bild hinein passen hier haben wir dann den lebensentzug durch fähigkeit mit drauf das ist natürlich wirklich auf die blutung obendrauf noch mal ein bisschen mehr leben generieren ewiges seht ihr hier auch komplett genau die perks die ich haben möchte nur bei den handschuhen da wird es so ein bisschen krude bonus waffen stärke ist die sache die wir wirklich gar nicht brauchen aber die ist immer drauf auf den panzerhandschuhen der kanon kugel ich habe ja momentan nichts anderes zur auswahl deswegen hier das und auch hier seht ihr wieder schaden auf kurze distanz anomalie kraft status kraft genau die sachen die ich haben möchte und damit habe ich einen devastator der in meinen augen wirklich sehr gut sehr gut in den expedition bestehen kann der wirklich dicke dicke bosse weg tanken kann selbst dann wenn das ganze team down ist immer noch genug schaden auszeit um diese bosse nicht zu tanken sondern sie auch down zu machen ja mit der skillung momentan so wie sie aktuell ist mit dem equipment so wie sie aktuell ist mögen gold zeiten manchmal schwer sein das ist auf alle fälle ja der fall denn wir überleben halt einfach waren sich gut wir haben keinerlei probleme auf unser leben zu achten wenn so eine brutmutter wieder ihre blaue gülle auf dem boden liegt dann sagen wir ja und was soll es in meinen augen bin ich sehr zufrieden klar gibt es optimierungsbedarf natürlich kann man da noch vieles besser machen aber wenn man erst achtet auf welche werte man achten sollte welche attribute für euch wichtig sind dazu die richtige skillung dann halbwegs die richtigen mod kommt ihr schon in den expeditionen wahnsinnig weit das kann ich euch auf alle fälle hier mit diesem bild versprechen und damit sind wir durch deswegen ich hoffe natürlich wie gesagt dass es für euch interessant war dass euch dieses bild weitergeholfen hat eure meinung dazu waren sich gerne unten rein in die kommentare freue ich mich wahnsinnig drüber und ich danke natürlich für zuschauen und ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer kodi